Gustel! Ähm... Ja? Meinst du, ich sollte um 18 Uhr einen Livestream machen? Also, jetzt gleich! Sprechen Sie bitte direkt in das Smartphone herein! Ich kann nix... Ich kann nix hören, oder? Richtig! Gustel! Bist du behindert? Ha! Wer telefoniert mit nem Taschenrechner, du Vollidiot! It's just a prank, brother! Was ist dein scheiß Kühlschrank noch, ha?! Erscheint zum Stream und erweitert euren geistigen Horizont. Absolut!